FASCHKRAFTERNECK Hallo zusammen, das ist der Faschkräftenecke. Heute bin ich wieder in meinem Lieblingspack im Kanton St. Gallen unterwegs. Ich habe letzte Woche erfahren, dass der einzige Grund, warum die Leute meine Filme schauen, einfach die Nacktstadt. Das interessiert dich nicht mehr für die Natur. Was machen wir jetzt da? Das ist hier wieder so eine wunderschöne Stelle. Tief, verfrischend. Wow! Ja, ja, muss immer aufpassen! Schaut euch hier die wunderschöne Natur an. Für das mache ich ja den Film, oder? Ach! 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 Was ist das? Ich lebe jetzt nackt durch die Natur. Ich leide jetzt gerade wieder nass. Muss ich sagen, es ist noch ein gutes Gefühl. Vielleicht bringe ich einen neuen Kanal raus. Der nackt Paschkräfter. Oder Boys Alone in the Woods. Das werde ich noch. Wäre wahrscheinlich erfolgreicher als Paschkräftenecke. Wow! Jetzt schaut euch endlich die wunderschöne Natur an! Ah! Ah! Das sieht super cool! Wir haben hier hinten eine Überwerfungshöhle. Rauscht noch das Wasser da hinten. Wow! Das ist so schön! Schau mal! Ah! Wieder ein wunderschönes Plätzchen hier. Wow! So liebe Leute! Heute wieder ein wunderschönes Stück vom Neckesim Lieblingspack. Ich höre jetzt hier auffilmen und geniesse noch eine knappe Freiheit in dieser wunderschönen Natur. Ja, nach dem Film sicher kennen wir mich wieder auf die Tour. Ja, bis zum nächsten Mal! Ciao zusammen! Das ist jetzt ein sehr heikles Unterfangen, da nackt über den Stacheldraht reinzusteigen. Aber es ist noch alles dran. Oh! 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 Vielen Dank.